Hallo und herzlich willkommen liebe Zuschauer hier bei einer weiteren Mod-Vorstellung und was soll ich euch sagen, es geht darum, wieder um mehr Kraft, mehr Leistung, das muss einfach durch die Gegend gezogen werden. Also, ihr habt es ja schon in der Thumbnail-Vorschau gesehen, es geht um eine Seilwinde und zwar die Hirschfeld-Superpol, so habe ich sie genannt. Natürlich ist die Basis die Taifun, das ist völlig klar, das ist auch noch zu früh, ich habe noch kein GE, ich kann also da noch nicht irgendwie was eigenes bauen oder umbauen, deswegen gibt es hier jetzt die Hirschfeld-Superpol, wie gesagt, auf Basis der Taifun. Aber, vielleicht habt ihr das festgestellt im Landwirtschafts-Somulat, es gibt keine große Seilwinde mehr, die mit wirklich viel Gewicht auskommt, auch wenn die Bäume alle so ein bisschen leichter geworden sind. Ihr seht es hier, also ich habe jetzt hier eine 36 Meter Pinie, 34 Meter Kiefer liegen, die mit 2,1 Tonnen daherkommt, das ist erstmal völlig okay, das kann auch die Taifun natürlich ziehen und aufnehmen. Wir machen den mal eben hier fest, da gucken, so und ich kann auch weitere festmachen. Seht ihr hier auch, da, jetzt ist aber vorbei. 6,6 Tonnen kann die nur ziehen und die kann auch maximal vier Baumstämme zusammenhängen. Mehr als vier Baumstämme geht tatsächlich nicht und dann kann ich die hier annehmen und kann die auch durch die Gegend ziehen. Wir können das dann natürlich auch mal machen. Wir ziehen mal die Bäume hier ran, macht sie tatsächlich sehr gut, kann man nicht meckern. So, jetzt wollen wir aber vielleicht mal was Großes ziehen, also was wirklich Großes. Ihr müsst irgendwie Bäume freiräumen und Bäume wegräumen und dann geht es natürlich auch darum, dass die Seilwinde, ja, ein bisschen mehr können muss, ne. Mal gucken, nehmen wir das Seil mit. Ich habe hier was vorbereitet und zwar sind das diese, diese Trompetenbäume und die sind, glaube ich, mit das Schwerste, was man finden kann, also so ein Ding wie ich jetzt 14,5 Tonnen und da sagt er auch sofort, ne, Mario, das funktioniert nicht. So nicht. Das können wir nicht mitnehmen. Also, das soviel zur Typhoon. Aber, natürlich würde ich das Ding nicht Superpool nennen, wenn das nicht entsprechend deutlich mehr könnte. Und zwar nicht nur, was das Gewicht angeht, sondern natürlich auch, was die Anzahl der verbindbaren Stämme angeht. Und das gucken wir uns mal hier in Ruhe an. So, wir haben jetzt mal den, ich nehme den jetzt hier mal und dann kann ich jetzt hier wild weiter verbinden, wenn er das denn macht. Ja, die, ähm, das Seil, die Seilwinde muss irgendwo hingezogen werden, deswegen, da seht ihr, jetzt habe ich schon vier Stück verbunden. Das sind schon mehr, als es, ähm, eigentlich erlaubt. So, ob wir da unten dran kommen, da kommen wir auch noch dran. Und da kommen wir auch noch dran. Ja, also, ihr seht es offensichtlich, gut, irgendwann ist das Seil zu Ende, die Länge, ähm, das ist dann durch. Also, ihr seht offensichtlich, wir können mehr verbinden. Bis zu zehn Stämme sind derzeit möglich. Und ihr seht es auch, das Ding zieht die dann auch wunderbar durch die Gegend. Ich kann euch aber sagen, ihr braucht natürlich einen relativ schweren Traktor, der das dann auch wirklich mitnimmt, ne. Aber dann könnt ihr hier einiges an Wompfstämmen durch die Gegend ziehen, so wie ihr eben gerade lustig seid. Und da hinten werden sogar noch mehr mitgezogen, ne. Aber, das ist das eine. Könnt ihr sagen, hm, okay, so viel brauche ich gar nicht ziehen. Aber solche großen Bäume hier, wie diese Trompetenbäume, die hat man leider immer wieder und die möchte man auch irgendwie wegbekommen. Und das ist jetzt eben möglich. Und da braucht ihr das Ding für, äh, nicht klein für schneiden. Na, ich kann das jetzt hier, die Seilwinde anziehen. Da muss man sich mal mit der Tastatur immer ein bisschen die Finger verbiegen. Und da seht ihr, das Ding zieht das mal eben hier jetzt durch die Gegend. Und zieht da sogar zwei Bäume durch die Gegend. Also das ist natürlich jetzt auch ein bisschen die Kraft des Traktors, ähm, die dazu zählt. Mal eben gucken, ob die Länge der Seilwinde reicht. Das werde ich jetzt mal eben prüfen, weil ihr tatsächlich auch den zweiten Baum mit anhängen könnt. Das Ding macht bis zu 55 Tonnen. Ich habe es natürlich ein bisschen überzogen. Ja, maximale Seillänge erreicht. Vielleicht schraube ich da noch ein bisschen dann rum, bevor wir, bevor das Ding online geht. Aber wenn dieses Video erscheint, werdet ihr die Möglichkeit haben, die Seilwinde herunterzuladen bei hot-hq.de. Link natürlich in der Videobeschreibung. Da könnt ihr das Ding direkt rausziehen. Und wie gesagt, jetzt geht es halt darum, dass wir vielleicht auch nochmal einen etwas größeren Traktor dafür brauchen. Aber wir ziehen hier auch zwei Ulm mit 30 Tonnen durch die Gegend. Also zwei Trompetenbäume mit 30 Tonnen. Irgendwann ist vielleicht auch mal gut. Aber ihr bekommt auf jeden Fall die, ja, das Ding. Und wie gesagt, Traktor kümmern wir uns dann beim nächsten Mal drum, dass auch der entsprechend stark ist und noch was extra ziehen kann. Aber ich behaupte, mit der Seilwinde und so einem Traktor mit über 500 PS seid ihr schon sehr gut aufgestellt. Da passiert schon einiges. Meine Lieben, ich hoffe, euch hat das gefallen. Lasst mir ein Däumchen da, wenn euch der Mord gefällt. Und ja, dann kann ich nur sagen, viel Spaß endlich beim Bäume durch die Gegend ziehen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Bye, bye und ade. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020